Hallo ihr Lieben, wie angekündigt wollte ich euch ja gerne noch meine Black Friday Ausbeute zeigen. Dieses werde ich in diesem Video tun. Ich hoffe, das gefällt euch. Wenn nicht, dann würde ich mich freuen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und ansonsten wünsche ich jetzt viel Spaß. Ja, fangen wir mal mit der größten Sache an, würde ich jetzt sagen. Ich habe mir bei H&M eine Jacke bestellt. Und zwar wollte ich gerne einen Parka haben, aber dieses Jahr wollte ich gerne mal einen etwas helleren haben. Ich habe ja schon einen schwarzen, ich habe einen khaki-farbenen und ich wollte entweder was graues oder was beiges haben. Und bei H&M gab es die Aktion 20% auf alles, außer auf reduzierte Sachen. Und da habe ich natürlich mal ein bisschen geschaut und da habe ich auch einen tollen Parka gefunden. Dieser ist beige, er ist aber etwas dunkleres beige, gefällt mir aber sehr, sehr gut. Hat eine schöne Kapuze mit Teddyfell innen drin. Also es ist halt so mit Teddyfell innen ausgestattet, sag ich jetzt mal. Und ja, kam jetzt mit Rabatt nur 39 Euro. Und ja, finde ich total toll. Dann habe ich mir ein bisschen was bei Douglas bestellt. Also bei Douglas gab es auch 20% auf alles. Und da habe ich mal so ein bisschen geschaut und eigentlich habe ich mir nur so Basic-Sachen gekauft. Also ich habe mir zum einen, habe ich mir mal wieder meinen Foundation-Pinsel gekauft von Zueva. Das ist die 104, der Buffer. Den finde ich eigentlich immer echt ganz gut. Mit dem trage ich am liebsten die Kat Von D Foundation auf. Also das ist ja eher so eine dickere, cremigere Foundation. Und damit macht sich dieser Buffer-Pinsel einfach perfekt. Ich hatte auch schon einen. Den habe ich jetzt allerdings endlich mal weggeschmissen, weil den habe ich schon mittlerweile gar nicht mehr richtig sauber gekriegt. Und ich dachte mir, es wird Zeit für einen neuen. Und mit 20% Rabatt war das natürlich eine super Aktion. Und ja, habe ich glaube 3 Euro gespart. 3,40 Euro habe ich gespart. Das ist immerhin ganz gut. Dann habe ich mir einen Blush von NYX bestellt. Und zwar ist das die Farbe Tube. Den benutze ich nämlich immer ganz gerne zum Kontuieren. Allerdings ist dieser kaputt bei mir angekommen. Ich habe das gleich als E-Mail an den Kundenservice geschickt mit Foto, allen drum und dran. Bis jetzt haben sie sich noch nicht bei mir zurückgemeldet. Und ich hoffe, dass da noch irgendwie eine Rückmeldung kommt, ob ich irgendwie mein Geld erstattet bekomme oder irgendwas. Ich habe ihn aus diesem Grund auch noch nicht geöffnet. Er ist noch original verpackt, verschweißt. Und ja, ich bin mal gespannt, ob da jetzt noch irgendwie was kommt. Ja, wenn nicht, wäre es sehr, sehr schade. Würde ich dann definitiv auch noch mal eine Mail an Douglas schreiben. Ich warte jetzt noch mal ein paar Tage ab. Das ist mir schon mal passiert mit einem Lidschatten von NYX. Und da habe ich allerdings einen neuen zugeschickt bekommen. Also von daher warte ich jetzt einfach noch mal ein paar Tage ab. Und ich hoffe, dass da noch was kommt. Also sie haben ja ihre Verpackungen schon etwas gebessert. Früher war ja gar nichts gepolstert oder irgendwas. Aber dadurch, dass ich mir noch was bestellt habe, was ich jetzt gleich zeige, gedenke ich mal, war das nicht so gut, dass der nicht noch mal separat irgendwie ein bisschen verpackt war. Meine dritte und letzte Ausbeute bei Douglas ist eine Yankee Candle Kerze. Ich habe früher mir immer ganz gerne die Tarz davon gekauft und bin jetzt allerdings etwas faul geworden, was das angeht. Ich mag diese großen Kerzen einfach viel, viel lieber. Es stellt man sich irgendwo hin, sieht schön aus. Man hat lange was davon, gerade von dem Geruch halt auch. Und ja, ist halt einfach. Und natürlich mit dem 20% Rabatt hat sich das natürlich mit der Yankee Candle Kerze extrem gelohnt. Ich glaube, ich habe 6 Euro oder über 6 Euro eingespart. Und das ist natürlich bei so einem großen Glas schon echt viel Geld. Ich habe mir Cassis bestellt und es riecht einfach echt traumhaft geil. Das ist wirklich... Ich habe mir ja letztens eine von Juwel Kerze bestellt. Habe ich euch ja auch gezeigt. Und ich muss sagen, sie riecht sehr, sehr gut. Aber ich bin etwas enttäuscht. Denn früher hat es beim Anbrennen der Kerze mehr danach gerochen als jetzt. Also die Kerze im kalten Zustand riecht mega. Nach Blueberry Muffin habe ich mehr bestellt. Aber angezündet verliert sie sehr an Geruch. Das finde ich sehr, sehr schade. Das war früher bei Juwel Kerze viel, viel besser. Ich hatte früher dunkle Kirsche schon gehabt. Ich hatte Schokolade schon gehabt. Ich habe Zimt schon gehabt. Und das hat mega gerochen, wenn man die angebrannt hat. Ja, von der bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Deswegen habe ich mir jetzt von Yankee Candle so ein großes Glas bestellt. Ich habe von Yankee Candle noch nie so ein großes Glas gehabt. Ich habe wie gesagt immer nur die kleinen Tarts gehabt, die man sich in diese Wärmelampe reinlegt. Und ich bin ganz gespannt. Ich hoffe, das überzeugt mich mehr. Mal schauen. Dann habe ich bei meiner Lieblings-Jenny bestellt. Im JK Beauty Shop von Jenny König. Ich denke, mittlerweile kennt sie so glaube ich jeder. Wer sie nicht kennt, ich verlinke mal ihren Online Shop unten in die Infobox. Sie hat echt tolle Sachen. Sie hat was für Haare, Beauty. Sie hat Accessoires, Ohrringe. Ich liebe ihre Ohrringe. Sie hat aber auch schon ein Shirt Design. Gibt auch eine Tasche von ihr. Also schaut einfach mal vorbei. Es sind echt tolle Sachen mit dabei. Und ich habe mir wieder ein paar Kleinigkeiten bestellt. Ach ja, Make-up gibt es bei ihr auch von Inglot. Und Wimpern hat sie auch ganz neu. Zu jeder Bestellung von Jenny bekommt man eine Karte von ihr. Mit eurem Namen, von ihrer Unterschrift. Ich habe jetzt mittlerweile schon drei. Ich habe aber schon wieder was Neues bestellt. Also habe ich dann schon vier. Und sie hat neue Karten. Da freue ich mich schon drauf. Und es ist immer total süß verpackt. Das kommt nämlich immer mit solchen rosa Bobbeln hier an. Finde ich voll süß. Also passt eigentlich total zu ihr. Zu diesem Online-Shop. Und ich habe mir natürlich wieder neue Ohrringe bestellt. Ich habe immer so ein Limit von maximal drei. Also ich bestelle mir immer nur maximal drei Paar Ohrringe. Weil ich sonst einfach ausrasten würde in diesen Shop. Und würde mir alles bestellen. Von daher setze ich mir immer so ein persönliches Limit. Dieses Mal sind es zwei Paar Ohrringe geworden. Zum einen haben wir dort diese schönen Morph-Farben. Also ich glaube, die heißen im Shop auch Morph. Ja, wunderschöne Rosen. Tolle Farben. Ich glaube, das sind die 25 Millimeter, die ich mir jetzt bestellt habe. Also die gibt es auch immer in verschiedenen Größen. Ich glaube, es geht ab 12 Millimeter los. Und geht bis 25 Millimeter. Oder sogar bis 30. Ich weiß es nicht so genau. Ich bestelle mir eigentlich immer so das Mittelmaß. Also immer so 20 oder 25 bestelle ich mir meistens. Finde ich ist eigentlich so die perfekte Größe. Ist nicht zu klein, nicht zu groß. Also wirklich perfekt. Wie gesagt, da habe ich mir diese Morph-Farben dann bestellt. Ich finde die Farben wirklich traumhaft. Schön. Total super für Sommer, Winter, egal. Kann man immer tragen. Mega. Dann habe ich mir noch solche Typ-Farben mit so einem Dreiecksmuster bestellt. Also hier hat mich auch voll die Farbe angesprochen. Das sind kleinere. Ich glaube, das sind 20 Millimeter. Und ja, finde ich sehr, sehr schön. Die Farbe gefällt mir total gut. Ist super was für den Alltag. Ja, ich liebe einfach ihre Ohrringe. Super schön. Dann habe ich mir diesmal auch endlich mal ein paar Wimpern mitbestellt von Jenny. Das ist die Form Ida. Das ist glaube ich auch so bei ihr im Shop mit so die beliebteste. Also ihre Schwester trägt die auch sehr, sehr gern. Und sie vor allem. Also Jenny trägt die auch sehr, sehr gern, die Ida. Und ich musste sie mir jetzt einfach mal bestellen. Weil das sieht immer so schön aus bei den beiden. Und ja. Also sie sind in echt wirklich traumhaft schön. Sie sehen mega nach 3D aus. Obwohl sie noch gar keine 3D-Wimpern sind. Sie hat auch 3D-Wimpern im Shop. Aber das sind eigentlich bei ihr im Shop keine 3D-Wimpern, möchte ich sagen. Nein. Aber die sehen mega schön aus. Sie sind mega voll und dramatisch. Für mich sind sie auch was für den Alltag. Also es ist jetzt nicht für jedermann was für den Alltag. Ich würde sie auch definitiv ganz normal im Alltag tragen. Und werde ich sie auch ganz normal im Alltag tragen. Ja. Ich bin einfach nur total begeistert. Ich glaube die kosten bei ihrem Shop so um die 6 oder 7 Euro. Also finde ich eigentlich voll okay für solche Wimpern. Sie haben einen richtig schönen, etwas dickeren, schwarzen Rand. Das ist super, wenn man sich wirklich einen richtig schönen Eyeliner schon zieht. Ist das mega. Ich mag allerdings die, die so einen ganz, ganz dünnen, fast durchsichtigen Rand haben, finde ich eigentlich lieber. Denn zur Zeit male ich mir nicht wirklich einen Lidstrich. Sondern entweder ich schattiere mir das nur ein bisschen mit Lidschatten. Oder ich mache wirklich gar keinen. Also heute zum Beispiel habe ich gar keinen. Und da sind natürlich die mit diesem extrem dünnen, fast durchsichtigen Rand einfach perfekt. Weil dann sieht man das halt nicht. Dann kann man halt auch mal sich ein bisschen verkleben, sag ich jetzt mal. Weil das wird nicht immer hundertprozentig akkurat. Und dann fällt das aber nicht so krass auf. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Wimpern mega schön. Und ich werde mir mit Sicherheit noch mehr bestellen müssen. Das geht gar nicht anders. Und dann war ich sehr überrascht, als das Paket kam. Denn noch an dem gleichen Tag, ein paar Stunden davor, habe ich ihre Snaps geguckt. Und da hat sie von dem Produkt wieder erzählt. Und ich dachte mir so, das muss ich mir unbedingt mal mitbestellen. Das will ich unbedingt ausprobieren. Und dann kam ihr Paket an. Und ich hatte es schon mitbestellt. Und ich wusste es schon gar nicht mehr. Das ist nämlich von Matrix Biolage. Das ist Sugar Shine Pflegespray. Also sie benutzt das halt immer nach dem Haare waschen. Das ist auch... Also eigentlich ist es ein Glanzspray, so wie es ja auch draufsteht. Gibt aber auch Hitzeschutz. Also ist das super. Ja, und ich wollte das unbedingt ausprobieren. Das ist so ein Zwei-Phasen-System. Also das muss man auch kräftig schütteln, bevor man es benutzt. Verleiht wie gesagt Glanz. Und ist halt auch als Hitzespray. Ich habe das halt auch mal benutzt. Und ich hoffe, man sieht das auch ein bisschen. Also ich finde es echt schön. Hat einen super tollen Geruch. Und kriegt man auch bei ihrem Shop übrigens. Ja. Ich finde es total super. Und ich habe das total verpeilt, dass ich mir das eigentlich schon mitbestellt habe. Da war die Überraschung natürlich groß, als es mitkam. Bei ihr gab es beim Black Friday Versandkostenfreie Lieferungen. Und von daher habe ich natürlich bestellt. Dann kommen wir zu meiner Favorite Bestellung. Und diese Bestellung hat mich auch regelrecht arm gemacht. Ich habe sehr viel Geld dafür gelassen. Gott sei Dank war es schon fast Ende des Monats. Also es hieß, es dauert nur ein paar Tage, dann gibt es wieder neues Geld. Weil ich war echt blank gewesen danach. Denn ich habe mir bei Beautylish natürlich von Jeffree Star was bestellt. Er hat ja seine Holiday Collection am Black Friday rausgebracht. Und ich habe das Video von ihm gesehen mit den Swatches von den Liquid Lipsticks. Und ja, ich wusste schon, scheiße, das wird teuer. Ja, also ich habe mir das komplette Bundle bestellt. Denn bis auf eine Farbe fand ich alle mega geil. Und von daher dachte ich mir so, bevor ich mir nach und nach alle einzeln kaufe, bevor sie dann auch alle ausverkauft sind wieder und ich die nie wieder bekommen werde, so wie letztes Jahr, bestelle ich mir lieber gleich das ganze Bundle. Ich spare ein bisschen was an Geld ein. Ja, also wirklich jetzt zum Einzelpreis spart man da schon ein bisschen Geld ein. Aber nichtsdestotrotz ist es verdammt teuer. Da brauche ich nichts zu beschönigen. Jeder, der Jeffree Star liebt und Jeffree Star auch schon mal gekauft hat, weiß, dass es teuer ist. Es lohnt sich natürlich aber auch. Und ja, wie gesagt, ich habe mir das ganze Bundle bestellt. Und einfach nur so schön. Also ich habe euch ja jetzt auch ein paar Swatches eingeblendet. Oder ich blende euch ein paar Swatches ein. Und mega. Also die mega Farben. Wirklich mega Farben. Also vom Pumpkin Pie war ich eigentlich nicht so überzeugt. Den fand ich bei ihm in den Swatches, fand ich den extrem orange. Ich dachte mir so, wow. Ist nicht so meine Farbe. Allerdings muss ich jetzt sagen, er sitzt bei mir zu Hause. Und das ist, klar, das ist ein Orange. Das ist aber eher so ein Orange-Braun. Und ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Also mittlerweile gefallen mir alle sieben Farben sehr, sehr gut. Ja, und ich bin froh, dass ich alle habe. Und ein kleines Loch auf dem Konto hatte. Aber mega. Also Jeffree Star Lipsticks lohnen sich immer. Klar, es ist nichts für den kleinen Geldbeutel. Ich weiß auch, Mädels, die halt nur ein bisschen Taschengeld bekommen und so, die können sich das halt eben nicht leisten. Ich gehe natürlich für mein Geld arbeiten. Und da sieht ja die Sache schon ein bisschen anders aus. Aber ich habe euch ja in meinem letzten Video einen kleinen Tipp dazu gegeben. Dieser nennt sich AliExpress. Dort bekommt man Fakes. Auch relativ gute Fakes. Für sehr, sehr wenig Geld. Ist natürlich nicht wie das Original. Man kann teilweise mit der Farbe echt in die drücken. Aber für den mega kleinen Geldbeutel ist da eventuell auch was dabei. Mein absolutes Highlight von der Jeffree Bestellung ist der neue Skin Frost. Er hat zwei Stück am Black Friday rausgebracht. Und einen davon musste ich unbedingt haben. Dieser nennt sich Princess Cut. Und ja, ich glaube, ich muss nicht viel sagen. Die Bilder sprechen für sich. Es ist ein Traum von Rosé. Glitzer und Glamour. Die Farbe ist zum Schreien schön. Ich liebe sie jetzt schon. Ich freue mich schon, mit diesen jeden Tag mein Gesicht zum Strahlen zu bringen. Formelig, ja. Also ich werde davon sehr, sehr viel benutzen. Die Farbe ist einfach nur ein mega schönes und richtig schönes Baby-Rosa. Ja, also genau meins finde ich sehr, sehr schön. Ja, war natürlich jetzt auch nicht ganz günstig. Aber Qualität und halt auch einfach die Größe sprechen für sich. Also ich meine, man bezahlt für teilweise andere Marken für die Hälfte des Produktes genauso viel Geld wie bei Jeffree. Also bei Jeffree bekommt man für so ein Skin Frost echt viel Produkt für, ja, relativ wenig Geld. Also umgerechnet, glaube ich, kostet da so um die 28, 29 Euro. Ist natürlich auch eine Menge Geld. Aber man bekommt echt viel Produkt. Ja, das war eigentlich auch schon so meine Black Friday Ausbeute. Ich glaube, das reicht auch. Also ich habe mich auch echt zurückgehalten, weil ich halt eben wusste, dass mich Jeffree sehr, sehr viel Geld kosten wird. Von daher habe ich mich auch sehr, 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 sehr zurückgehalten. Also bei Douglas habe ich dreimal überlegt, ob ich was bestelle. Ich hatte schon einmal den Warenkorb gefüllt, habe ihn dann wieder geleert, weil ich dachte so, nein, du brauchst nichts, bestell lieber nicht. Jeffree wird dich schon genug kosten. Ein paar Stunden später habe ich dann doch die drei Sachen bestellt. Und bei Jenny war es eigentlich genauso. Also da dachte ich auch erst so, nein, du brauchst nichts. Du kannst es auch nächsten Monat was bestellen. Ja, kurze Zeit später habe ich dann doch den Warenkorb gefüllt und habe bei ihr bestellt. Naja. Wie gesagt, ich habe auch schon wieder ein neues bei Jenny bestellt. Sie hat jetzt gerade ihre Winterkollektion, ihre Winterohrringen-Kollektion draußen. Auch sehr, sehr süße Sachen mit dabei. Musste ich mir natürlich gleich wieder was bestellen. Ich glaube, ich habe drei Ohrringe bestellt, also mein Maximum. Und ich freue mich schon sehr drauf. Ja, wie gesagt, schaut doch einfach mal bei ihrem Shop vorbei. Ich verlinke den hier unten in die Infobox. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Folgt mir auf alle Fälle auch auf meinen anderen Profilen. Instagram, Snapchat, Facebook, überall heiße ich Miss Poppy. Genauere Informationen findet ihr unten in der Infobox. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin jetzt arm wie eine Kirchenmaus. Wir gehen auch Weihnachten zu. Es wird nicht besser. Es müssen ja schließlich auch Weihnachtsgeschenke gekauft werden. Nichtsdestotrotz, es dauert nicht mehr lange, bis der Weihnachtsmann kommt. Ich freue mich schon sehr. Weihnachten ist mein Lovely Time. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns ganz bald wieder. Und bis dahin sage ich, ciao, eure Popi.